Ja, liebe Freunde, wir sind fast am Ende. Aber es gibt jetzt nochmal eine Darbietung. Ich hatte es vorhin in der Moderation kurz erwähnt, dass wir eine Tänzerin dabei hatten, die ihre Choreografie zu einer ganz anderen Musik getanzt hat, als die, die eigentlich dazugehört. Und ich denke mal, es ist nur fair, wenn wir dieser Tänzerin nochmal die Chance geben, zu der richtigen Musik ihre Choreografie nochmal zu zeigen. Darum nochmal für euch, für sie, Sophie Weiß und Murta. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017